Hallo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Runde, hier auf meinem Kanal. Wir spielen eine Runde infiziert. Wir sind alle in einem Team, weil noch keiner infiziert ist. Let's go der Hase. Okay, versteckt euch. Versteckt euch weise. 5, 4. 3, bin ich zufrieden? Einer ist infiziert Leute, wer ist es? Leila ist infiziert Leute, Leila. Leila ist infiziert. Sie muss uns jetzt messern. Du könnt sie töten. 2, 4. Barisch ist auch aufsteig. Geh auf den Dings, du da noch. Da rauf ein bisschen. Wo ist sie? Ich lauf ein bisschen rum. Weißt du? Ja rumlaufen ist immer gefährlich, weil der schneller glaubt ist. Ich weiß. Wo? Wo man hat noch Clay macht. Wo, wo, wo? Äh... Sehr cool. Sehr cool. Ja, bis Ende. Wenn sie einen verzieht, der andere verzieht, der andere verzieht. Warum wurde ich angeschossen? Achso, hat sie auch Waffe? Sie hat auch eine Waffe Leute. Sie hat Waffe. Sie hat Waffe. Sie ist alleine dahinten. Leute. Ich habe sie auch schon angeschossen. Roy hat sie sich genascht. Fuck, ey. Wo? Wo? Was ist... Oha. Passt auf. Wo ist sie? Ey, sie ist Superman, ne? Sie spawnt irgendwo. So. Verteilt eure Claymots. Oha, Claymots. Komm. Ey, ich muss mich... Ist schon einer in die Zielform? Ja. Nein. Komm, ist in die Zielform. Vergesst dich. Nein. Nein. Ich... Okay. Hol ihn. Hol ihn. Blele. Nein. Okay, ey. Lass rein. Lass rein. Wo? Wo sind sie? Nein. 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 Er ist auch weg. Ein letzter Überlebender noch. Wo ist es? Nein. Okay. Ich höre eigentlich alle. Ich hab ihn geholt. Ich hab ihn geholt. Mega lustiger, mega lustiger Modus auf jeden Fall. Das ist halt nachher mit richtig vielen Leuten online so lustig, wenn der Modus online kommt, Leute. Das wird so geil. Das ist... Ich weiß noch, damals MB2-Zeit oder so. Neuronen, neues Glück. Speedball. Versteckt euch. Nicky, ich seh dich. Noch bist du ein Freund. Noch bist du ein Freund. Da. Basti. Versteckt euch. Infiziert. Überlebt um jeden Preis. Versteckt ihr alle. Zehn Sekunden. Oh mein Gott, Leute. Ey, haut ab. Was seid ihr alle hier auf der Ecke, ey? Ey, das ist wirklich eng, Alter. Ey, mach Roy, Alter. Töte sie alle. Nein! Ich... Leute, ich bin der Infizierte. Jetzt hole ich sie mir alle. Hahaha. Okay, der erste ist meiner. Basti. Willkommen im Team. Okay, Leute. Ah, ich hole sie mir jetzt, Leute. Wie ist der da hochgekommen, Leute? Ich brauche ein Wurfmesser. Ganz schnell. Wo habe ich hingeworfen? Wo ist der letzte? Ja, aber ich... Ich... Wie ist der da hochgekommen? Warte, ich... Wo ist der letzte? Ich habe alle infiziert. Ja, Leute. Das war's auf jeden Fall von mir mit diesem Video. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr Bock habt, wenn ich mal gegen meine Frau ein 1 gegen 1 machen soll und was wir spielen sollen. Ansonsten, lasst eine Bewertung da. Leute, Gruß an die anderen. Ähm, an der Stelle. Ich bin raus. Peace. Und ciao, ciao.